Mein Name ist Adrian und in diesem Video geht es um das direkte Streaming vom ATEM Mini Pro bzw. ATEM Mini Extreme auf Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitch und andere. Ich möchte dir zeigen, wie du dafür, wenn du es einmal konfiguriert hast, gar keinen Computer mehr brauchst, sondern diese On-Air-Taste hier nutzen kannst, um direkt auf der Plattform live zu sein. Natürlich brauchen wir erstmal für die Konfiguration einen Computer und auf dem Computer brauchen wir die Software-Control-App. Dazu habe ich mal ein separates Video gemacht, wie man die installiert und dazu auch einen Überblick gegeben. Auf dem Video würde ich jetzt ein Stück weit aufbauen und dementsprechend schau dir das gerne an, wenn du die Software-Control-App noch nicht in der Benutzung haben solltest. Ganz wichtig ist natürlich, dass das ATEM Mini Pro entweder über USB mit unserem Computer zu Beginn verbunden ist oder eben mit dem Computer im gleichen Netzwerk ist. Das kannst du zum Beispiel durch ein Netzwerkkabel ganz einfach erreichen, über das wir dann auch die Internetverbindung für das Streaming herstellen können. Schauen wir uns jetzt die Software an, wie gesagt, ATEM Software-Control. Hier haben wir den Bereich Mischer, wo wir hingehen und dann hier die Ausgabe. Hier auch der erste Punkt schon, Livestream, der ist aktuell off und die Plattform ist YouTube. Und hier können wir einfach auch eine andere Plattform auswählen. Wir haben hier zum Beispiel auch Twitter oder Restream sehr bekannt, Vimeo, Facebook, Twitch. Also hier können wir eben entsprechend auswählen, auf welcher Plattform wir streamen wollen. Ich bleibe jetzt mal bei YouTube. Dann können wir hier den Server auswählen, Primary oder Secondary Server. Und dann haben wir hier auch die Möglichkeit, den entsprechenden Schlüssel zu hinterlegen. Und diesen Schlüssel, den bekommst du eben bei den jeweiligen Plattformen. Das heißt, wenn du da in das Thema Livestreaming einsteigst, ist es von Plattform zu Plattform natürlich eine Idee unterschiedlich, wo der steht. Aber man bekommt diesen Schlüssel und dann mit deinem Account verknüpft, ist dann sozusagen dieses ATEM Mini Pro oder das ATEM Mini Extreme. Und dann kannst du direkt über dein Profil dort streamen. Das heißt, hier wird dann der Schlüssel eingegeben und dann hast du hier unten noch die Stream-Qualität, die du einstellen kannst. Und den Stream-Status, den hier dann unten angezeigt wird, wie viel Daten jetzt hier übertragen werden pro Sekunde. Und aktuell ist er off. Ich kann ihn hier auch auf On-Air klicken, aber ich kann es eben auch hier auf On-Air klicken. Ich gehe da jetzt einfach mal drauf. Wir haben jetzt zwar keinen Streaming-Schlüssel hier drin, aber dann sieht das Ganze wie folgt aus. Dann ist das hier On-Air und wir haben hier eben auch ein blinkendes Symbol. Und wenn wir eben nicht über den USB-C Out, über das Video Out hier am Gerät streamen und das dann eben auf den Computer holen, sondern hier so streamen, dann haben wir weitere Möglichkeiten, zumindest beim ATEM Mini Pro, welches nicht über mehrere USB-Cs verfügt. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit über USB-C, weil der Port ist ja jetzt noch frei, unsere SSD anzuschließen, wo wir dann das Recording drauf machen können. Entweder hier beim Pro die Summe recorden, also das Programm, oder beim ATEM Mini Pro ISO auch. Die ISO-Files, also jeden einzelnen Kanal als separate Videodatei und auch eine Datei von Blackmagic, damit wir hier entsprechend auch im Nachgang einen Videoschnitt in Resolve machen können. Und das kann man eben ganz easy jetzt einfach hier an der USB-C Port anschließen und dann hier bei Disk wird dann diese grüne LED leuchten und dann können wir hier auf Record gehen und dann parallel zu unserem Stream eine lokale Aufzeichnung in einer sehr guten Qualität machen. Aber wir haben noch eine weitere Möglichkeit. Wenn das hier alles eingerichtet ist, können wir auch bei USB-C ein Smartphone anschließen. Ich habe hier zum Beispiel ein USB-C auf Lightning-Kabel, damit ich das iPhone anschließen kann. Das kann ich jetzt einfach hier einmal in den USB-C Port einstecken, dann das Smartphone anstecken. Und jetzt passiert folgendes. Irgendwie sagt das iPhone, dass es geladen wird. Vielleicht ist es auch so, aber darauf kommt es jetzt gar nicht an, sondern es kommt darauf an, dass wir jetzt über das Smartphone-Internet streamen können. Das heißt, wir können jetzt quasi hier das Netzwerkkabel wegnehmen und dann den Stream direkt über das Smartphone-Internet abwickeln, über das mobile Internet. Und somit sind wir auch nicht gebunden an ein Netzwerk, so wie hier, sondern können eben auch unterwegs letzten Endes den Stream machen, wenn wir zumindest den Netzwerk auch in Bezug auf das Netzteil hier gelöst haben, damit wir eben auch unterwegs dann akkubasiert oder sowas Strom haben. Oder eben an einem Ort streamen können, wo wir gar keinen anderen Internetzugriff haben als über das Smartphone. Und hier kann man dann auch unterschiedliche Einstellungen noch wählen. Vielleicht wählt man hier auch die Qualität nicht auf Maximum. Da muss man mal testen, wie viel Internetverbrauch das ist bei dem Stream. Und dann haben wir eben hier diese Möglichkeit. Wenn es bei dir noch nicht der Fall sein sollte, dann schau auf jeden Fall nach Updates für das ATEM Mini Pro, ATEM Mini Pro ISO, damit ihr entsprechend das neueste Betriebssystem auf dem ATEM Mini habt, damit dieses Feature dann auch freigeschaltet ist, weil es zur Aufnahmezeit dieses Videos ein relativ neues Feature ist. Das war es jetzt hier mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Wie gesagt, schau einfach bei dem Streaming-Anbieter, bei dem du jetzt streamen möchtest, nach dem entsprechenden Schlüssel. Gebe den hier ein. Speichere das vielleicht auch in deinem System in dem ATEM Mini ab. Dazu in meinem anderen Tutorial mehr. Und dann kannst du einfach mit dem Gerät hier über Netzwerkkabel oder über das Smartphone auf On-Air klicken, was ein sehr cooles Gefühl ist, wie ich finde. Und dann bist du direkt live auf der jeweiligen Plattform. Das war es jetzt mit diesem Video. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wenn du was für dich mitnehmen konntest, gerne eine positive Bewertung. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank.